Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 69.600 US-Dollar. Wir stehen weiterhin vor dem Widerstand bei 70.000 US-Dollar. Wir haben aber eine leichte Aufwärtstendenz wieder jetzt auch über das Wochenende oder in den letzten Stunden auf jeden Fall gesehen. Kriegen wir möglicherweise nochmal einen Rücksetzer und möglicherweise auch nochmal eine neue Long-Möglichkeit. Das werden wir uns auf jeden Fall in dem heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, Gold, die Stock-Märkte und natürlich auch auf die Forex-Märkte werfen, weil sich da auch nochmal ein bisschen was getan hat. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-Signal-Gruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr auch noch eine Börse zum Traden sucht mit ordentlich Bonus, wo ihr auch all das, was wir hier besprechen, traden wollt, könnt, dann kann ich euch nur meine Partner bei Subbingings empfehlen. Auch hierzu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 69.600 US-Dollar, also leichte Aufwärtstendenz in den letzten Stunden, beziehungsweise jetzt über das ganze Wochenende. Seht ihr ja auch hier, nachdem unsere Long-Position hier bei 64.000 US-Dollar nicht abgeholt wurde, zwar knapp, aber gut, ist so, haben wir jetzt in den letzten Tagen wieder Versuch gestartet, hier über die 70.000 US-Dollar-Marke drüber zu kommen. Wir sind nicht ganz drüber gekommen, also gestern, klar, es gab einen kurzen Hitmer hier rüber in dem Bereich der 70.300 US-Dollar. Wir haben noch nicht mal ganz die Ineffizienz hier oben geschlossen, kann also noch kommen jetzt in den nächsten Stunden. Meiner Meinung nach wäre es aber wirklich nochmal sinnvoller, weil ihr seht schon, warte, ich gehe nochmal in den 4-Stunden-Timeframe, ihr seht schon hier, der Aufwärtstrend ist auf jeden Fall noch intakt, sieht auch alles gar nicht so verkehrt aus, aber ich glaube, es wäre nicht so verkehrt, auch zwecks diesem Triangle, was sich hier bilden könnte. Also es ist nicht nur einerseits die 70k-Widerstandszone, sondern auch hier diese Downtrend-Linie, die hier auch noch reinkommt, plus aber auch die Upside-Linie. Das heißt, ein Rücksetzer heute im Laufe des Tages wäre gar nicht so verkehrt, beziehungsweise in den nächsten ein, zwei Tagen in Richtung 66.500, 66.400 oder knapp um die 66.000. Je nachdem müssen wir dann gucken, wann das passieren würde, aber das wäre nochmal so ein kleiner Rücksetzer und vielleicht auch die letzte Long-Möglichkeit hier unten, um dann möglicherweise hier ein richtig bullisches Breakout zu bekommen. Wir können jetzt einfach mal, ihr wisst, ich bin normalerweise kein Pattern-Freund, trotzdem wir versuchen mal hier ungefähr das Preisziel zu bestimmen. Sollten wir einen Breakout hier bekommen, seht ihr selber, wäre so das Ziel bei 82.000 US-Dollar. Würde sogar einigermaßen Sinn machen, einerseits wegen dem R2, den wir hier oben haben, also Pivot, R2 von diesem Monat und generell so die 80.000er-Marke war ja schon die ganze Zeit immer mal so eine kleinere, erstere Zielmarke, auch um größere Profite nochmal, also Spot-Profite zu nehmen. Also würde grundsätzlich sehr, sehr gut passen. Das heißt, für mich oder für uns jetzt erst einmal wäre die Möglichkeit, wer hier unten nicht damals Long gegangen ist, dass wir dann hier nochmal eine Long-Position eröffnen im Laufe, entweder heute, morgen oder die nächsten Tage und dann von hier aus eben das Breakout nach oben hin mitnehmen. Grundsätzlich Halving steht jetzt an, ist jetzt auch, ich glaube in, warte, jetzt muss ich überlegen, zwei Wochen glaube ich knapp oder knapp eineinhalb Wochen, ist ja auch völlig egal, was den Markt dann zusätzlich auch nochmal beflügeln könnte, die ganzen ETFs etc., ihr kennt das Spiel. Das Einzige, was mich gerade momentan ein bisschen stört, ist eben das absinkende Volumen, was wir hier in den letzten Tagen etwas haben, aber deswegen noch einmal der Rücksetzer, noch einmal möglicherweise den RSI ein bisschen korrigieren lassen, um dann ein schönes Breakout nach oben hin zu bekommen. Wenn wir uns die Funding-Rates angucken, auch da spricht es eigentlich komplett dafür, wir haben absolut neutrale Funding-Rates, was sehr, sehr gut ist, das heißt, der Markt ist absolut gesättigt, weder zu viele Longs, weder zu viele Shorts. Klar, auf manchen Börsen DYDX sowieso immer ein bisschen höher, CoinX 0,02, aber das ist absolut human. Wer sich hier noch an die Zeiten erinnern kann, wo wir hier bei 0,1% waren oder im letzten Bullrun, wo wir teilweise bei 0,3% waren, sind diese Funding-Rates momentan absolut normal. Open Interest kann man auch, sage ich mal, mitleben, also es ist jetzt kein überdurchschnittliches Interesse momentan da, beziehungsweise irgendwas, was mega liquidiert werden sollte. Und wenn, dann gehe ich momentan sogar ein bisschen eher davon aus, dass es oben ein bisschen mehr zu liquidieren geht, weil die Short-Sellers, beziehungsweise so das Marktumfeld meiner Meinung nach, momentan ein bisschen mehr zu Short überswitcht. Also, das ist jetzt so momentan erstmal so der kurzfristige Plan für mich. Ansonsten, wer hier unten nochmal irgendwie long gegangen ist, nehmt einfach Profite, vor allem, weil wir hier jetzt im Widerstandsbereich drin sind, nehmt einfach mal einen Take-Profit oder zwei Take-Profit Stop-Loss-Entry und könnt dann hier unten nochmal in diesem Preisbereich zwischen 66.000 und 66.400 US-Dollar verdoppeln. Gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier hat sich ein doppelter Boden gebildet. Wie gesagt, ich bin hier nicht in eine Position reingegangen, weil ich gesagt habe, nee, wenn, dann Fokus jetzt erst einmal auf Bitcoin. Doppelter Boden hat sich gebildet. Hier steht jetzt das Golden Pocket bei 3.500 US-Dollar vor der Tür. Auch hier, ganz ehrlich, das ganze, oder sagen wir mal so, der ganze Trend hier ist jetzt nicht wirklich klar. Also, ihr habt bei Bitcoin, wenn wir es mal vergleichen, haben wir hier ein schönes Symmetrical Triangle mit schönem Hin- und Herswitch. Bei Ethereum gefällt mir die ganze Marktlage hier nicht so wirklich. Also, natürlich ETF und sowas könnte hier auch vor den Startlöchern stehen, aber so die ganze Substanz weiß ich nicht so wirklich. Also, mir wäre es ehrlich gesagt wirklich lieber, Bitcoin geht nochmal Richtung 66.000 US-Dollar und dann kriegt Ethereum möglicherweise nochmal diesen Dämpfer, dass wir hier unten unsere Chance kriegen, bei 3.100 bis 3.040 US-Dollar. Vorher werde ich wahrscheinlich nicht long gehen, außer wir sind bei Bitcoin bei 66k und Ethereum dümpelt hier bei 3.200 US-Dollar rum. Also, hier können wir es kurz und knapp machen. Ich werde vorher nicht in irgendeine long Position hier reingehen. Das hier unten ist weiterhin so meine, ja, best Chance, wenn man so sagen kann, dass wir hier unten dann die Position reinkriegen und dann zumindest mal eine Rallye in Richtung 3.700 US-Dollar oder möglicherweise dann sogar Richtung 4.000 US-Dollar, sollte Bitcoin Richtung 80k oder sowas drüber gehen. Also, hier hat sich zuletzt der Woche eigentlich überhaupt nichts geändert, auch nicht am Wochenende, wie gesagt, leichte Erholung, aber die meisten Widerstände stehen hier noch vor der Tür. Also, Ethereum hat eigentlich noch eine Menge gegenüber Bitcoin aufzuholen. Gehen wir rüber oder starten wir mit Gold. Gold kennt kein Halten mehr. Unsere Short-Position von letzter Woche. Take Profit 1 abgeholt, das hat mich ein bisschen gestört. Take Profit 1 mal wieder geholt und danach, ja, Take Profit 2 sind wir knapp gescheitert. Ihr seht hier, warte mal, ich zoome hier etwas näher ran, damit ihr das auch seht. Das wäre ja hier Take Profit 2 gewesen nochmal. Die grüne Box leicht nicht abgeholt und dann kam der nächste Jump in Richtung 2.350 US-Dollar jetzt schon heute. Das heißt, wieder ein neues All-Time-High bei Gold, also Gold momentan komplett am Rasen. Nächste Short-Position, was ich momentan so ein bisschen am Plan bin, liegt hier oben bei 2.366. Ansonsten erst 2.500 US-Dollar, aber ich glaube nicht, dass wir Richtung 2.500 US-Dollar einfach durchbrettern. Andererseits, und das ist auch so ein Ding, warum ich auch physisch weiterhin Gold akkumuliere, immer mal wieder, warum steigt Gold so rasant? Steht da irgendwas in den Startlöchern? Fett diskutiert möglicherweise, dass gar keine Zinssenkung kommt dieses Jahr, möglicherweise. Dann kommt möglicherweise auch eine Rezession, deswegen kaufen viele Gold. Wer weiß das schon. Also ich bin weiterhin bullish bei Gold, trotzdem früher oder später sollte ich hier eine Korrektur einsetzen. Die Long-Position läuft, Short-Position, auch wenn wir immer nur 1 oder 2 Take Profits nehmen, es sind Profite und fertig und gut ist. Aber wie gesagt, nächster Short, wo ich dann hier möglicherweise überlege, sind hier eben die 2.366 US-Dollar. Aber ansonsten würde ich hier erst einmal die Finger von lassen. Gehen wir rüber zu Forex, also heißt Euro gegenüber US-Dollar. Hier hat sich eigentlich wenig getan. Short-Position haben wir hier verdoppelt. Seitdem tut sich ehrlich gesagt wenig. Erster Take Profit wurde jetzt erreicht. Der zweite wurde knapp nicht erreicht. Den würde ich hier unten bei 1.079 nehmen. Wie gesagt, wurde knapp nicht erreicht, kann aber dann im Laufe des heutigen Tages dann möglicherweise noch erfolgen. Sollten wir nochmal hier hochkommen, müssen wir uns ganz genau überlegen, ob wir uns diese Position dann noch offen halten. Ich würde es gerne lassen. Aber gut, auch da wird es dann im Laufe des Tages hoffentlich ein bisschen mehr Infos geben, weil momentan ist es einfach noch ein bisschen zu wenig. Wie gesagt, zweiten Take Profit 1,709 Euro und den dritten dann hier unten in Richtung 1,07 beziehungsweise dann 1,072, wo auch dann die Long-Position getriggert werden sollte. Ja, und dann last but not least, S&P 500 momentan wieder voll auf dem Weg, wo wir letzte Woche noch drüber gesprochen haben. Leider, wie gesagt, ist keine Short-Position hier getriggert worden. Nervt mich immer noch ein bisschen. Ich hoffe, dass wir noch diesen Retest hier in Richtung 5.250 Punkte Marke kriegen. Momentan läuft es ziemlich gut nach Fahrplan, aber da müssen wir, wie gesagt, nochmal ein bisschen abwarten. Vor allem Montags gehe ich ungern in irgendwelche Short-Positionen oder Sonstiges, weil False-Move-Monday da immer sehr, sehr gut reinknallen könnte. Deswegen auch hier warten wir jetzt erstmal noch die Börseneröffnung ab. Das sind ja momentan nur die Futures, die gehandelt werden und gegebenenfalls dann erst morgen in irgendwelche Positionen reingehen. Dow Jones im Endeffekt das gleiche Spiel. Auch hier haben wir unseren Aufwärtstrend erst einmal verlassen, sind nach unten hin durchgefallen. Hat auch natürlich damit zu tun gehabt, weil eben von der FED oder von einem, ich glaube FED-Mitglied war es, gesagt wurde, dass eben keine Zinssenkungen kommen könnten. Also es war im Könnten. Erst war ja von 3 ausgegangen, mittlerweile gehen wir von 2 aus. Jetzt reden die ersten Leute von gar keinen Zinssenkungen. Das hat natürlich auch die Märkte ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber so bullisch, wie das momentan alles ist, ist es gut möglich, dass die Reise hier einfach nach oben hin fortgesetzt wird. Was wir uns nochmal ganz kurz angucken könnten ist, was steht diese Woche so News-technisch an? Inflationserwartung heute, Dienstag, nicht wirklich viel. Am Mittwoch, VPI-Daten, also die könnten nochmal ordentlich reinfetzen. Das könnte dann auch möglicherweise dann unser Short-Impuls werden, der hierfür sorgen könnte. Oder die Inflation, es geht deutlich, deutlich zurück, was dann die Märkte absolut zum Pumpen bringt, weil dann heißt, ja okay, Inflation sinkt, doch, wir können die Zinsen senken. Erzeugerpreise dann am Donnerstag. Also ihr seht, da kommt sehr, sehr viel diese Woche auf uns zu. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ich denke auch, da wird es sehr, sehr viel Bewegung geben. Ansonsten war es das dann von meiner Seite für heute. Ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Hört euch gerne unseren Podcast an, da ist die neue Folge rausgekommen, wenn es denn mal laden würde hier. Oh Mann ey, ich bin wieder super vorbereitet. Ist egal, ist Montag. Ansonsten hört euch unseren Podcast an. Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Telegram-Gruppe chillen. Und ansonsten war es das von mir. Wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Und wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.